So Leute, zum Pionier! Ohne Pulprenbohrung Schöneres Downfire Da liegt der ganze Schrank und der TV dahinter auch noch Das klingt doch schon viel besser so Der Fokus ist natürlich wieder mal sonst wo geblieben Im Weltraum irgendwo versteckt Hier ist der Fokus da Das klingt doch schön nach Subwoofer Schön tief Schön dicker und harter Schaumstoff Damit der Treiber mir auch hier runter springt Der ist schon von der Höhe auf den Boden gefallen Also U120 sind es schon Aber keine Kratzerantreiber Leider steht keine Wattzahl drauf Aber ich schätze mal zwischen 50 und 150 Watt Spürt man ja das ist zur Kamera neben dem Wind Spürt man ja das ist zur Kamera neben dem Wind Das ist mir auch der Fussel da Spürt man ja das ist Also Depp hier und hier ist echt geil Dann tschüss bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal Ich hoffe ich Bis zum nächsten Mal.